Willkommen zurück zu Deus Ex. Und ich habe gerade eine Weile nicht mehr gespielt und keine Ahnung, wo ich bin. Ich versuch's einfach mal. Ah, Kamera. Wo ist die Kamera? Da ist eine Kamera. Ne, wo ist die Kamera? Da ist eine. Ups. Kamera. Ähm. Dummdi-dumdi-dum. Die. Da, da sind die. Norden ist da unten. Und ich bin hier wahrscheinlich irgendwo da, ne? Es sind hier zwei Schweißnähte in dem Raum. Weil dann wüsste ich, ich müsste nach Osten raus. Guck mir das gerade mal an. Ich glaube, ich bin in diesem Raum hier. Ich finde zwei Nähte. Genau, da ist eine. Und dann müsste hier gegenüber ja die andere sein. Nämlich, genau. Da. Oder so. Also, hier. So. Doch nicht. Wo bin ich denn hier? Ich finde dieses Schiff ein wenig unübersichtlich. Oder steht hier vielleicht, was ist da? Engine Room. Und das ist der Motorraum. Wo ist der denn? Bridge Pumps. Copter Bay. Control Tower. Control Tower. Bin ich da vielleicht? Wenn ich da reinkomme. War das da hinten rechts, ne? Ja, das könnte sein. Dann müsste ich jetzt hier raus, den Gang lang, um die Ecke und dann links rein. Moment. Passt das überhaupt? Der Ausgang müsste dann hier jetzt in Richtung Westen gehen. Das ist aber Richtung Osten hier. Ich schaue aber Richtung Osten. Dann bin ich vielleicht... Ne, da bin ich garantiert nicht. Oder ist Norden vielleicht dann doch oben? Dann wird es wieder passen. Mal gucken, ob das so passt mit dem Gang nach rechts. Ja, da ist ein Knick. Andererseits ist hier halt auch ein Ladebildschirm. Äh, genau. Von da kam ich quasi von unten. Gott, ich habe... Girl! Keine Ahnung, wo ich bin. Woaah! Woaah! Da oben ist die Kamera, ist mir egal. Weiß ich schon. Goaah! Das kriege ich jetzt leider nichts auf. Ich sollte mich mal heilen, ne? Das mache ich doch einfach mal. So, spontan. Mit dem Energie-Zirkulator an. Okay, Moment. So. Hier ist doch... Nein, das ist kein Haupteingang. Aber das muss doch bestimmt eingezeichnet sein. Auf dem Oberdeck. Wo man da reinkommt, oder? Äh, Aft, Vor... Vor ist wahrscheinlich vorne. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Könnte natürlich auch sein. Nee. Ist das die andere Seite? Ist das die Crew Quarters? Ja klar, das ist die Crew Quarters, wo ich gerade bin, ne? Auch wenn sich mir das jetzt gerade nicht erschließt, wie das alles zusammenhängt. Moment, sobald ich hier auf beiden Seiten reinkomme. Hä? Was? Was ist das denn? Achso, Top Deck, Top Deck. Okay, alles klar. Okay, jetzt. Dann bin ich jetzt hier bei den Crew Quarters. Und müsste durch die Quartiere durchblödsinn. Oh mein Gott, dieses Schiff ist so verwirrend. Ich geh mal nach Ganzen. Ah, da ist die Sick Bay. Ah, Sick Bay. Electronics. Okay, jetzt weiß ich, wo ich bin, ne? Jetzt bin ich nämlich... Genau, jetzt bin ich hier. Okay. Jetzt geh ich durch diese Treppe nach unten. Und dann komme ich wohin? Top Deck, würde ich jetzt hier sagen. Top Deck. Ach ne, das ist die Mitte. Okay. Geh ich mal nach oben. Und oben ist dann die Brücke. Da komme ich leider nicht hoch. Da komme ich hoch. Da komme ich hoch. Komm an, der Zentrale. Hey, das klingt gut. War ich hier schon? Ja, warum geht die zu? Ah, da kann ich mich auch reinhacken. Probier ich doch einfach mal aus, was da so passiert. Vielleicht kann ich damit ja die Türen öffnen. Tür zugegen, entriegelt. Äh, die Tür offen. Natürlich hier Kamera aus. Komm, Kamera aus. Das ist immer ganz wichtig. Entriegel ist okay, aber offen. So, und jetzt. Da war ich schon offen. Aha. Da war ich. Ah, ein Schlüssel. Okay. Und eine Waffenmodifikation mit Laser. Die hätte ich gerne. Wo kann ich drauf packen? Auf die Pistole natürlich. Und wie schalte ich das jetzt an? Nein! Sie wirft die Hörfe weg. Wie schalte ich das an? Hm, keine Ahnung. Rechtsklick war es nicht. Egal. Sicherheitscode 65678. 65678. Verdammt. Sechs, fünf, sechs, sieben, acht. Und wen haben wir hier? Den schon wieder. Er wird bald da sein. Sie werden hier verpackt. um das Virus zu verpacken. Keine Verpackungen. Ich will, dass die Helikopter operieren, bevor der Sonnenschein. Die wollen den Virus per Helikopter versprühen. Das klingt mir ein bisschen kriminell, muss ich sagen. Damit bin ich nicht ganz einverstanden. Das würde ich gerne verhindern. Okay. Okay. Und Ruth, was hat Ruth? Hat keine E-Mails. Da steht auch nichts Neues. Danke für die Credits. 2.250 Credits. Wow. Waffenkammer 71324. Simon ist eine falsche Schlange. Haha. 71324. 71324. Verdammt. Ach komm, ich habe 20 Multitools. Ich knack das jetzt. Und wir nehmen die Kommandozentrale. War das jetzt blöd, weil ich da auch durch... Ja, okay. Das war unnötig. Yeah, ich bin drin. Die Tür... Achso. Okay, das war ein bisschen unnötig. Zugegeben. Aber gut. So, was haben wir denn hier? Ein Feuerrad. Da kann ich nichts dran machen. Das kann ich drehen. Das scheint mir aber gerade nichts zu bringen. Also noch nichts mehr. Da geht's durch. Äh, nein. Das schwebt wirklich gerne. Ja, brauche ich. Entdeckungsbonus. Entdeckungsbonus. Okay. Das heißt, jetzt war ich gerade auf dem... Äh, Topdeck, nicht wahr? Brücke... Komm... Genau, da bin ich jetzt gerade oben. Und... Achso, da hätte ich mich einfach außen rumschleichen können, um in die verschiedenen Räumlichkeiten reinzukommen. Was ich natürlich auch tun könnte, wäre das hier und da oben ist tatsächlich was. Bitte was? Mist, wie komme ich da rüber? Das ist ein Leiter. Oh, da ist noch was. Aber ich muss hier echt ein bisschen sparsam mit meinen Energiereserven gehen. Okay, damit kann ich gerade nichts anfangen. Kann ich die Leiter nach oben mir schnappen? Nein! Nein! Verdammt. Gott, wie ich gerade abkacke. Na ja. Immerhin weiß ich jetzt, wo ich bin, oder? Ich müsste jetzt in Bottendeck reinkommen und dann müsste ich über die große Treppe doch bestimmt da runterkommen. Da müsste ich dann reinkommen, genau. Das ist die einzige Treppe, die ich gerade sehe. Und wenn ich dann da bin, dann gucke ich mich nochmal um. Auf der Karte. Da geht's rein. Voll den Kopf angerannt. Okay, so. Da war ich schon. Ich will nicht nach oben, sondern ich will nach unten. Im Prinzip dahin, wo ich gerade herkam. So. Und diese Treppe, die ich jetzt hochgekommen bin. Diese Treppe müsste, wenn nicht, nicht alles täuscht. Das ist Sub-Level Deck 1, Sub-Level Deck 2. Was ist das da? Dann müsste ich doch jetzt diese Treppe da runterkommen. Und dann linksrum noch weiter runtergehen. Ja, genau. Das ist doch genau da, wo ich gerade war. Da hatte ich doch recht. Dann ist doch da hinten eine Schweißnaht, die ich kaputt machen muss. Aber wie komme ich da hin? Da ist eine Schweißnaht. Ich sehe es doch. Ich fahre mal die Energie ein bisschen. Schiebe einfach mal dieses Teil dahin. Also dieses Fass. Um über das Fass da vielleicht hochzukommen. Nichts brauche ich dafür nicht. So. Geht doch. Geht doch. Achtung. Schweißnaht. Steht da. Ja, eine Biozelle. Brauche ich nicht die Munition. Und ein Lamb. Wie passend. Wie passend, dass hier überall Lambs rumliegen. Vorhin hieß es noch, du brauchst ganz viele Lambs, um da durchzukommen. Rüste dich gut aus. Und jetzt ist einfach genug Lambs da, um das Ding direkt in die Luft zu sprengen. Ich mach das mal so wieder. Das war einfach. So. Und bevor ich mich jetzt wieder verlaufe. Ich möchte hier unten raus und dann links rum. Und dann einfach den Gang nach. Was müsste dann hier sein? Ah, ja. Okay, okay, okay. Jetzt, wo ich mir die... ...die Karte so öfter mal ein bisschen angeguckt habe, ist das auch klar, wo ich bin. Hände von Elektrizität kommen aus dem Ding wie Licht. Hätte ich das noch gewusst, dann will ich mir die Biozellen gerade besparen. Andererseits, das hier zieht ja eigentlich nur Bioenergie ab, oder? Ich hab überall 100. Dumm, didum, didum. Was war das denn gerade? Was zur Hölle war das? Hä? Wie ist das denn gerade passiert? Äh... Ich bin gerade echt verwirrt. Ich probiere mal, ob das nicht einfach so geht. Während ich hier mein Fass hinschiebe. Ja, das hat geklappt. Mal hin. Oh, verdammt. Das hat auch nicht ganz gereicht. Oh, verdammt. Aber das sollte reichen. Sehr gut. Energie kann ich ja gleich wieder aufladen. Die Biozellen kann ich mir hier sparen. Mit meinen weiß ich ja jetzt, was ich zu tun habe. So. Ich glaube, das Außenteil des Schiffs muss ich jetzt nicht wiederholen. Da sind halt ein paar Gegner. Bitte. Ich glaube, da habe ich mich schon umgeguckt. So, jetzt. Was ist da denn gerade passiert eigentlich? Ich dachte, diese Teile machen nur... Okay, machen sie nicht. Das macht richtig Schaden. Am Kopf? Okay, mein Kopf ist kaputt. Das Ding ist wie ein Lichter. Sehen wir was? Ja, da unten. Da unten. Nee, okay. Da kann ich nicht durch. Da ist Schrot drin. Aber diese Viecher, die sind kleinen, die sind ja Elektro... äh, Roboter. Metallisch. Ah, sind leichter. Ich gucke mal, ob ich das Ganze vielleicht über das Sicherheits-Terminal ausschalten kann. Diesen Strom. Äh, was ich gerade meinte, diese Gegner, das sind Roboter und deswegen sind da diese Bot-Schüsse. Also, ja, diese Viecher da sind da die Sinnvollen, weil die bei den Teilen dann einfach mehr Schaden machen. Wo ist es denn? Da ist es. Bleibst du stehen? Bleibst du stehen? Okay, bleibst du nicht. Wow! Kann ich den Stroh irgendwie ausschalten? Ich würde echt gerne den Strom aus... Ah, genau, da war ich ja auch schon mal. Bei den Hubschrauber... äh, Hubschrauberplätze. Bei dem Lüfter, bei dem Ventilator. In dem, in einem großen Luftaufwärtsstrom, wobei ich mich frage, was das tut. Ventilatormotor. Okay. Entriebe ist gut und offen, finde ich, noch besser. So, jetzt. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Ich kam da runter, bin da rein, bin hochgeklettert, bin da raus und dahin. Das müsste das Kühlsystem sein hier. Wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht steht es irgendwo, ich kann es gerade nicht lesen. Das ist bestimmt das Kühlsystem. So, ob es feiert. Ah, habe ich genug. Okay. Und im Kühlsystem... Ist das... Moment... Aber die habe ich auf jeden Fall schon umgedreht. Da war ich gerade? Wie, 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 wie bin ich denn jetzt hier rüber gekommen? Das verstehe ich gerade nicht. Ich dachte, ne, wenn ich bei den Pumpen bin, dann komme ich da raus. Ach, ne, die sind auch da unten, oder? Sub-Level Deck 2. Dann müsste ich... Genau, da bin ich ja gerade hochgeklettert. Stimmt. Ah, richtig. Das war jetzt der Ventilator. Dann war ich gerade da. Wo ich aber hin will? Okay, ich will zur Helicopterway. Komme ich da? Da würde ich jetzt Richtung Osten gehen. Richtung Osten... Doch, Richtung Osten wäre da drüben. Da komme ich natürlich nicht durch hier. Also muss ich da drüben lang, bei den Pumpen. Okay. So, wie komme ich... Ach, da drüben. Natürlich, bei der Kiste. Klar. Wie komme ich da jetzt hin? Über diese Teile, die sich senken und heben, nehme ich an. Das da. Na? Geht doch. So, hoch. Oh. 80 Fähigkeitspunkte. Wow. Und Minikit. Dankeschön. Ist das nicht... eine Tür, die ich mal von der Seite öffnen wollte? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber die Folgenzeit ist gerade auch schon wieder voll. Verdammt. Verdammt. War da nicht Sabot drin? Doch, Sabot. Ich komme auch schon wieder auf Schrot, wenn da jetzt menschliche Gegner kommen. Und hier müsste das Heli... Ja, da ist das Helipad. Sehr schön. Und wie gesagt, die Folgenzeit ist voll. Und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter beim Helipad mit sechs Tools. Ich habe zwei Codes. Ist das fünfstellig? Nein, es ist vierstellig. Verdammt. Da muss ich die Codes durchprobieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.